Hallo, ich bin Dominique von mehrstempeln. Ja, du siehst mich heute mal in einer anderen Perspektive. Damit du jetzt nicht die ganze Zeit auf meine Hände schauen musst, habe ich mal eben die Kamera ein bisschen umgestellt, denn ich möchte dir heute unbedingt von einem richtig tollen Angebot erzählen, was es jetzt für dich im Oktober gibt. Aber vorher wollte ich mich auf jeden Fall noch mal vorstellen, falls du ganz neu bei mir auf dem Kanal bist. Ich bin Dominique, 33 Jahre jung, aus der wunderschönen Wilstermarsch und ich bin jetzt seit vier Jahren unabhängige Stamping-Up-Demonstratorin und habe da auf jeden Fall meine absolute Leidenschaft gefunden. Es macht mir unglaublich viel Spaß. Vielleicht geht es dir ja auch so, dass Basteln dir ganz viel Freude bereitet. Also schau dir das Angebot super gern mal an, denn es lohnt sich wirklich, denn Stamping-Up feiert nämlich jetzt 35 Jahre und sie haben sich zu ihrem 35-jährigen Jubiläum was ganz Tolles ausgedacht, denn du kannst den ganzen Oktober vom 3. Oktober bis zum 31. Oktober kannst du 35 Prozent sparen. Du hast direkt zwei Optionen, die werde ich dir jetzt einmal einblenden, denn du kannst entweder bei der Option 1 Produkte im Wert von 175 Euro aussuchen und nur 83,85 Euro zahlen oder bei der zweiten Option kannst du dir Produkte im Wert von 236,25 Euro aussuchen und zahlst nur 129 Euro. Das bedeutet, du kannst entweder 35 Prozent sparen bei deinem Starter-Set oder 35 Prozent weitere Produkte hinzufügen und eben auch sparen. Also ich finde die Option total genial. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es auf jeden Fall unglaublich toll. Also so ein unglaublich tolles Angebot gab es auf jeden Fall noch nie und das Allerbeste habe ich dir auch noch gar nicht verraten, denn Stamping-Up setzt noch mal einen oben drauf. Vielleicht hast du ja schon mal von der Onstage von Stamping-Up gehört. Das ist ein richtig tolles Event, was im Jahr stattfindet und das ist in diesem Jahr im November und das heißt, wenn du jetzt vom 3. Oktober bis zum 31. Oktober in mein Team kommen möchtest, dann kannst du sogar bei der Onstage at Home im November teilnehmen und dir die Gebühren in Höhe von 82 Euro sparen. Das heißt, Stamping-Up schenke dir da noch einmal die Teilnahmegebühren und das finde ich absolut großzügig und total genial. Falls du Lust hast, das einfach mal auszuprobieren, ob für dich zum Eigenbedarf oder auch beruflich durchzustarten, sag mir super gern Bescheid. Du bist herzlich gern in meinem Team willkommen, melde dich auch super gern bei Fragen, steht dir herzlich gern jederzeit zur Verfügung. Wir haben auch eine ganz tolle WhatsApp-Gruppe zum Austauschen und du musst auch überhaupt nicht hier in der Nähe wohnen. Also das Tolle ist ja, dass wir uns in der heutigen Zeit auch auf den ganzen Social-Media-Kanälen, WhatsApp oder wo auch immer austauschen können. Sehr gerne möchte ich dir unbedingt noch meine liebsten Vorteile als Stamping-Up Demonstratorin bzw. Demonstrator ans Herz legen, denn du kannst bei jeder Bestellung ganze 20% sparen, bekommst die Produkte einen Monat vorher im Vorverkauf und natürlich auch direkt den Katalog als erstes in den Händen. Das sind schon mal meine allerliebsten Vorteile. Dazu kannst du natürlich noch exklusiv an den Veranstaltungen von Stamping-Up teilnehmen und ich finde es super schön, dass du dich einfach mit Bastelbegeisterten, mit Gleichgesinnten so gesehen, vernetzen kannst. Das sind meine absoluten Lieblingsvorteile. Ja, falls du dich jetzt hier angesprochen fühlst, dann melde dich doch herzlich gerne, so vom 3. Oktober bis zum 31. Oktober. Probier es unbedingt mal aus und ich würde mich von Herzen freuen, wenn du in mein Team kommst. Melde dich da sehr, sehr gerne und ich wünsche dir von Herzen einen zauberhaft schönen Tag. Bis bald in meinem Team. Copyright Untertitel.br Vielen Dank.